Für Cardano ging es zuletzt wieder kräftig aufwärts allein. In den letzten zwei Wochen hat die Kryptowährung ADA um mehr als 50% zugelegt, auch weil Cardano einige wichtige Meilensteine erreicht hat. Aber in den nächsten Monaten stehen weitere wichtige Entwicklungen bei Cardano an und genau darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Herzlich Willkommen zu unserem YouTube-Kanal CryptoReport. Bei uns geht es, wenn wir um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Mit einem Grund für den Kurssprung bei Cardano dürfte die Ankündigung der Kryptobörse Coinbase gewesen sein, künftig auch das ADA-Staking zu ermöglichen auf seiner Plattform. Und Coinbase ist ja ein sehr großer Player, betreut über 70 Millionen Kunden weltweit und ADA-Coin-Inhaber können sozusagen dann auf Renditen von 3,75% im Jahr hoffen. Das ist jetzt nicht besonders viel. Also wer seine ADA-Coins direkt über Joroi oder Dedalos an einen Staking-Pool delegiert, der kann in der Regel auf höhere Renditen von 4-5% aufwärts hoffen. Also Coinbase nimmt sich da schon einen Teil heraus, das muss man an dieser Stelle auch erwähnen. Aber unter dem Strich natürlich eine gute Geschichte für Cardano, denn diese gestakten ADA-Coins sind dann erst einmal weg vom Markt, stehen damit quasi dann nicht mehr zum Verkauf zur Verfügung. Daneben hat der Kryptovermögensverwalter Grayscale ein neues Produkt vorgestellt, nämlich den Grayscale Smart-Contract-Plattform X-Ethereum Fund. Und dieses Produkt ist für institutionelle Anleger zugeschnitten, die sich einfach Altcoin-Exposure in einem Produkt verschaffen wollen. Und das bedeutet, dass in diesem Fund diverse Altcoins zusammengefasst sind, wie zum Beispiel Cardano, Avalanche, Polygon, Solana und so weiter. Und Cardano nimmt in diesem Fund den größten Anteil mit über 25% ein. Und wenn jetzt große Anleger hergehen und hier Geld in dieses Produkt investieren, geht wiederum Grayscale her und investiert diese Gelder in diese Altcoins, die in diesem Fund zusammengefasst sind. Und das könnte natürlich für entsprechende Nachfrage nach diesen Altcoin-Projekten sorgen. Auch ansonsten läuft es für das Cardano-Ökosystem ganz gut. Zuletzt wurde ja die Marke von 5 Millionen Wallets überschritten. Allein an einem Tag kamen über 44.000 neue Adressen hinzu. Und im Define-Bereich von Cardano waren zuletzt über 300 Millionen Dollar geparkt. Und dieses Volumen könnte bald weiter steigen. Denn Cardano-Mitgründer Charles Hoskinson geht davon aus, dass nach dem Vasil Hartfork, der wohl im Juni aktiviert werden soll, die Zahl der Projekte auf Cardano deutlich steigen wird. Und darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst ein kurzer Blick auf den Cardano-Chart, denn für die Kryptowährung ADA ging es, wie gesagt, zuletzt kräftig nach oben. So, wir sehen hier den Cardano-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance. Und heute ist der 29. März am Dienstagvormittag. Und wir können in den Kurs der Kryptowährung ADA ist ja das Kürzel von Cardano deutlich fester bei knapp 1,22 Dollar sehen. Und wir können außerdem erkennen, dass sich bei Cardano in den letzten Wochen eine Art Bodenbildung im Bereich von 80 Cent ausgebildet hat. Und von diesem Niveau her ist Cardano bereits um über 50 Prozent in den letzten Wochen gestiegen. Hat auch diese rote Widerstandslinie überwunden, die den Cardano-Kurs in den letzten 12 Monaten eigentlich ganz gut gestützt hat. Immer wieder im Frühjahr 2021 auf diese Linie aufgesetzt hat. Dann leider eben früher unter diese Linie gefallen ist. Aber jetzt wurde diese Unterstützungslinie quasi wieder zurückgeobert. Und außerdem auch dieser 50-Tage-Durchschnitt überwunden. Der scheint jetzt nach oben zu drehen. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, weil dieser 50-Tage-Durchschnitt dann von unten sozusagen den Kurs stützen würde. Und damit steigen natürlich die Chancen, dass Cardano seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen kann. Und eventuell an diese 200-Tage-Linie, das ist diese rote Linie, bei etwa 1,50 Dollar heranlaufen kann. Und wie die Chancen dafür stehen, dazu schauen wir uns jetzt die einzelnen Indikatoren bzw. Oszillatoren her. Der Trendfolge in Carta und MACD hat am 4. März ein sogenanntes Bullish-Crossover geliefert und damit den jüngsten Aufwärtstrend frühzeitig angezeigt. Und zuletzt ist der MACD auch in den positiven Bereich reingelaufen und deutet damit weiter steigende Kurse an. Der RSI, der relative Stärke-Index, ist allerdings nach dem Kurszuwächsen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, schon wieder überkauft. Allerdings glaube ich, dass Cardano noch Luft nach oben hat, weil wir im RSI in der Vergangenheit schon Werte von 80 über 85 gesehen haben. Das war im August 2021 der Fall und auch im Februar 2021. Von daher denke ich, dass hier noch etwas Luft nach oben besteht. Allerdings wird die Luft natürlich auch dünner und daher wäre ich jetzt im Moment vorsichtig mit Nachkäufen. Ich würde eher warten auf eine Konsolidierung, bis sich diese überkaufte Situation wieder abgebaut hat. Das Unbalance-Volumen OBV hat sich ebenfalls stabilisiert. Mitte März ein leichter Aufwärtstrend ist zu erkennen und damit steigen natürlich die Chancen, dass dieser Abwärtstrend, den wir beim OBV seit September 2021 sehen, eventuell durchbrochen werden kann. Und das wäre natürlich ein gutes Zeichen, weil das bedeuten würde, dass die institutionellen Anleger auf die Kaufseite zurückkehren. Aber momentan sind die Käufe noch zurückhaltend. Wir können das an den grünen Kerzen sehen, die aber bei Weitem nicht so hoch sind, wie das im Mai 2021 zum Beispiel der Fall war. Also die Großanleger momentan noch etwas zurückhaltend. Allerdings, wenn wir uns das Check-in-Money-Flow ansehen, das CMF, können wir sehen, dass sich in den letzten Tagen verstärkt Kaufdruck bei Cardano aufgebaut hat. Ebenfalls ein gutes Zeichen. Und das 50-Tage-Momentum hat sich auch in den letzten Monaten stabilisiert. Jetzt ein Aufwärtstrend erkennbar, auch über die Nulllinie gelaufen. Und das spricht tendenziell für weiter steigende Kurse. Und wenn wir uns das Ganze im längeren Zeitfenster im Wochenchart ansehen, dann können wir auch dort natürlich einen Aufwärtstrend, einen langfristigen Aufwärtstrend bei Cardano erkennen. Seit Mitte 2020. Allerdings dann ein Rekordhoch im August 2021 bei über 3 Dollar. Aber seit August läuft, beziehungsweise September läuft auch diese Konsolidierung. Und diese Marktkorrektur ist relativ heftig ausgefallen. Also die Kurse haben sich quasi gedrittelt. Doch jetzt scheint eine Trendwende in Sicht. Denn auch der Trendfolgeindikator MACD auf Wochensicht hat am 28. Februar ein Bullish-Crossover geliefert. Und das ist für mich ein Zeichen, dass diese Korrekturphase tatsächlich zu Ende geht. Und daher sehe ich gute Chancen, dass Cardano an diese 200-Tage-Linie bei etwa 1,50 Dollar heranlaufen kann. Nach einer kurzen Konsolidierung, wie gesagt, der RSI zeigt ja schon eine leicht überkaufte Situation bei Cardano an. Aber die Fundamentaldaten gehen ja in die richtige Richtung. Also wir haben sowohl Rekordwerte bei den aktiven Adressen als auch bei der Anzahl der Wallets gesehen. Und auch bei der Skalierung geht es voran bei Cardano. Zuletzt gestern der Start von Milkomeda. Und das ist quasi die erste Layer-2-Lösung für Cardano. Eine Art, ja, Ethereum-Virtuell-Maschinen-kompaktible-Sitechain. Und damit können natürlich Ethereum-Entwickler ihre Ethereum-Anwendungen sehr leicht auf Cardano portieren, ins Cardano-Ökosystem bringen. Und ja, das Ganze ist relativ einfach. Man benötigt dafür eine Ethereum-Virtuell-Maschinen-kompaktible-Wallet. So eine Wallet ist zum Beispiel diese Flint-Wallet, die ihr euch herunterladen könnt. Also vor allem für DeFi und NFTs ausgelegt. Und ich blende euch natürlich den Link zu dieser Beschreibung unten in die Kommentarliste hinein. Könnt ihr euch da in Ruhe ansehen. Und ja, ganz wichtig an dieser Stelle auch, dass von Anfang an relativ viele Dubs schon auf Milkomeda unterstützt werden. Wie zum Beispiel MilkySwap. Das ist eine dezentrale Börse für Milkomeda. Und auch OKMX, ein Automated Market Maker Protokoll. Also auch eine DEX auf Milkomeda. Und Nomad, ein Interoperabilitätsprotokoll. Und MultiChain. Und ihr seht schon, also Zähler, es werden hier schon verschiedene Dubs auf Milkomeda unterstützt. Und künftig sollen auch weitere Dubs hinzukommen. Wie zum Beispiel diese dezentralen Programmierschnittstellen von API3. Über API3 habe ich auch schon in einem meiner Videos gesprochen. Und wir haben ja vor ein paar Wochen im Blockchain Investor auch eine Analyse zu API3 gemacht. Und ganz wichtig an dieser Stelle, momentan läuft bei uns eine Sonderaktion. Also ihr habt bis zum 31. März noch die Möglichkeit, den Blockchain Investor mit 33% Rabatt abzugreifen, wenn ihr schnell seid. Wie gesagt, das ganze Angebot gilt nur für wenige Tage. Auf jeden Fall kommen hier weitere Dubs demnächst auf Milkomeda dazu. Oder beziehungsweise werden von Anfang an unterstützt. Und auch die Sicherheit ist hier natürlich entsprechend vorhanden. Und ja, durch diese EVM-Kompaktibilität hofft natürlich Cardano darauf, dass wir weitere Dubs auf Cardano sehen werden. Durch das, dass eben Solidity diese Smart Contract Programmiersprache hier unterstützt wird. Also die erste Layer 2 Lösung für Cardano. Ein wichtiger Schritt für Cardano. Also bei Cardano sieht es nach einer Trendwende aus. Ich werde aber momentan noch etwas vorsichtig sein mit Nachkäufen oder mit einem Neueinstieg. Denn wie gesagt, Cardano war durch den Kursanstieg in den letzten Wochen zuletzt schon wieder leicht überkauft. Daher würde ich eine Zwischenkonsolidierung abwarten. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Cardano war aber nicht das einzige Alkoin-Projekt, das in den letzten zwei Wochen gut gelaufen ist. Inzwischen sind auch viele andere Alkoins wieder angesprungen. Und genau über dieses Thema sprechen wir dann am kommenden Samstag in unserem Crypto Report. Wir schauen uns vor allem jene Alkoin-Projekte an, die momentan verstärkt institutionelles Kapital anziehen. Und wenn euch dieses Thema interessiert, ihr wisst ja, unter crypto-report.de könnt ihr euch nach wie vor kostenlos eintragen. Und dann bekommt ihr unseren aktuellen Report jeden Samstag in euer E-Mail-Postfach. Und das Ganze absolut kostenlos. Nochmal kurz zurück zu unserem Hauptthema zu Cardano und Milcomeda. Also die Milcomeda Foundation hat zuletzt bekannt gegeben, dass man nicht nur diese Ethereum-Virtuell-Maschinen unterstützen wird, sondern auch andere Chains unterstützen möchte, wie zum Beispiel Algorand und Solana. Und das bedeutet, dass Cardano hier ganz klar eine Multi-Chain-Strategie fährt, um einfach die Interoperabilität zu erweitern, um einfach weitere neue Projekte in das Cardano-Ökosystem zu holen. Und auf Cardano entstehen ja bereits über 500 neue Projekte. Und diese Zahl könnte im Sommer, im zweiten Halbjahr dann kräftig steigen, glaubt zumindest Cardano-Mitgründer Charles Holzkissen. Denn mit dem Vasil Hardwork, der voraussichtlich im Juni aktiviert wird, dürfte die Skalierung von Cardano beträchtlich an Form annehmen. Und genau darüber sprechen wir jetzt noch gleich. Also dieser Vasil Hardwork soll wohl im Juni aktiviert werden. Und das ist ein ganz wichtiges Event für Cardano, denn man möchte damit die Skalierung weiter vorantreiben. Und bei der Namenswahl hat man sich für Vasil entschieden, weil man einfach an den inzwischen, glaube ich, verstorbenen Cardano-Ambassador Vasil Dobev erinnern wollte. Das war ein ungarischer Mathematiker, der sich sehr stark für Cardano eingesetzt hat. Und mit der Namenswahl wollte man jetzt eben an Vasil Dobev erinnern. Ein schöner Zug, wie ich meine, von Cardano. Aber insgesamt unter dem Strich soll es bei diesem Hardwork darum gehen, die Skalierung weiter voranzutreiben. Denn Cardano-Mitgründer Charles Holzkissen möchte ja, dass Cardano irgendwann genauso schnell sein wird wie Solana. Und Solana gilt ja als eine der schnellsten Blockchains überhaupt auf der Welt, schafft zwischen 50.000 und 65.000 Transaktionen pro Sekunde, während man bei Cardano auf dem Basel Air etwa nur 150 bis 200 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann. Aber das Ganze soll sich in den nächsten Monaten ändern mit Hilfe von Layer 2 Lösungen, aber auch mit Pipelining. Das ist eine Technik, mit der man die Blöcke im Netzwerk schneller verteilen möchte an die Nodes. Und Ziel ist es einfach, dass man binnen fünf Sekunden mit neuen Blöcken dann bis zu 95 Prozent aller Nodes erreichen kann. Also Pipelining alleine wird nicht ausreichen, um die Cardano-Blockchain um 25.000 Prozent schneller zu machen. Hier sind schon noch weitere Optimierungsarbeiten notwendig und dazu zählt zum Beispiel asynchrone Validierung. Und dabei geht es darum, dass man einfach die Rechenleistung von Nodes besser auslastet. Heißt, wenn ein Node-Betreiber zum Beispiel zufällig Rechenleistung übrig hat, dann kann dieser die Validierung von Blöcken zu Ende führen, während der andere Validator oder Node-Betreiber schon an anderen Aufgaben arbeitet. Und das bedeutet, dass man diese Verarbeitung oder diese Validierung von Transaktionen deutlich beschleunigt und effizienter gestaltet. Damit wären wir schon fast wieder am Schluss. Nur ein kurzes Fazit von meiner Seite. Also mit dem Vasil Hardwork halten voraussichtlich im Sommer dieses Jahres weitere technische Verbesserungen auf der Cardano-Blockchain-Einzug, was die Skalierung angeht. Und dabei geht es vor allem um das Thema Pipelining, also wie verteile ich die Blöcke im Netzwerk schneller und asynchrone Validierung, also wie kann ich die Transaktionen deutlich schneller validieren. Und dadurch soll Cardano einfach deutlich schneller werden. Und hinten dran noch dazu kommt quasi ein weiteres Layer-2-Protokoll namens Hydra später, wodurch man dann die Transaktionen dann auch offline, off-chain abwickeln kann. Und das soll nochmal einen deutlichen Sprung in der Performance bringen. Und unter dem Strich ist es so, wenn Cardano dieses Team im Sommer liefern kann, wenn dieser Vasil Hardwork relativ reibungslos über die Bühne geht, dann kann ich mir vorstellen, dass wir im zweiten Halbjahr dann deutlich mehr Projekte auf der Cardano-Blockchain sehen. Und mehr interessante Projekte bedeutet tendenziell mehr Nutzer. Und mehr Nutzer bedeutet mehr Nachfrage nach dieser Kryptowährung ADA. Und daher kann man, denke ich, mit etwas höheren Kursen oder weiter steigenden Kursen bei Cardano rechnen. Aber wie gesagt, das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann hätte mich eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr, Cardano derzeit? Glaubt ihr, dass Cardano durch diesen Vasil Hardwork nochmal richtig an Fahrt aufnehmen kann? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich Wilma an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Dreckchen drücken. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Donnerstag geht es dann voraussichtlich um den Bitcoin. Der Bitcoin hat ja zuletzt auch stark zugelegt. Es geht Richtung 50.000 Dollar und wie es beim Bitcoin weitergeht. Darüber sprechen wir dann am kommenden Donnerstag. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.